Ja, endlich mal wieder ein neues Video von mir. Wurde jetzt langsam auch Zeit. In dem Video soll es einfach darum gehen, was ist jetzt im Juli und August bei uns auf dem Betrieb passiert. Da gab es dieses Jahr ein paar Besonderheiten. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Das ist für mich eine schöne Motivation weiterzumachen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, hallo. Neues Video. Endlich mal wieder. Ich glaube, das letzte Video war jetzt ja im Prinzip sieben Wochen her. Puh, der Kasten hier wackelt ein bisschen. Egal. Sieben Wochen her. Ja, ich bin leider in der letzten Zeit nicht dazu gekommen, was zu filmen. Es war einfach super viel zu tun. Wir haben auch für eine größere Umkerei, denke ich mal, fast einmalig, es hinbekommen, ein bisschen mehr wie zwei Wochen im Urlaub zu sein im August. Also Anfang August. Dementsprechend ist natürlich die Zeit auch davor und danach alles andere als entspannt. Aber es hat sich gelohnt. In dem Video will ich euch, wie ich es Eingang schon erwähnt habe, so ein bisschen berichten, was ist in der Zeit passiert eigentlich seit Anfang Mitte Juli bei uns in der Imkerei. Dieses Jahr hatte doch einige Besonderheiten und zwar war das bei mir jetzt so, dass solange ich imker, hatte ich bei uns in der Gegend noch nie so früh Trachtende. Also das war dieses Jahr extrem früh. Ich habe auch trotz Wagen hin oder her, ich habe eigentlich nichts gefunden, wo dann noch was passiert ist. Und so habe ich mich dann auch relativ früh im Juli entschlossen, meine Völker zu teilen. Also im Prinzip nach Teilen und Behandeln vorzugehen, war eigentlich so, ist ein brutaler Schritt, also körperlich ein brutaler Schritt. Ich habe eigentlich fast alle meine Völker geteilt. Das heißt wirklich nach diesem Teilen und Behandeln, jetzt nicht ganz wie im Lehrbuch, aber im Prinzip schon so, man sucht die Königin raus, im alten Volk separiert die, stellt die an den alten Platz, in den Bienenkasten, ja im Prinzip für alle die, die sich mit dem Imkerei nicht so wirklich auskennen, stellt die alte Königin und den leeren Bienenkasten an den alten Platz. Das heißt die ganzen Bienen, wo ja auf diesem Platz eingeflogen sind, fliegen unten, fliegen da wieder rein. Und dann hat die Königin mit dem Flugbien das ein Volksteil und die Nicht-Flugbienen und die Brut ist ein Volksteil. Das ist so im Prinzip, und wenn alles gut geht, kann eben der Brutteil sich eine neue Königin nachschaffen und man hat zwei Völker im Winter oder man vereinigt sie wieder und hat ein relativ starkes. Das Ganze konnte ich eigentlich dadurch machen, dass ich das Material hatte. Also klar, ich habe noch alte Böden gehabt, die ich eigentlich nicht mehr benutze, aber die habe ich dafür jetzt herangenommen. Zargen hatte ich auch noch und hatte ich auch dann noch bestellt und bekommen, sodass mir einen Deckel hatte ich sowieso noch liegen, sodass mir das eigentlich alles ohne Probleme machbar war. Und ja, ist wie gesagt relativ anspruchsvoll, weil man bei jedem Bienenvölk die Königin raussuchen muss. Meine sind ja nicht markiert, weil das jetzt nicht die Standartmethode ist, mit der ich jedes Jahr behandle. Ich habe dann so 40 Bienenvölkern pro Tag hinbekommen. Zum Teil habe ich das an den Wandersternplätzen gemacht, zum Teil habe ich die erst wieder hier heimgefahren zu uns, praktisch nach Santar gemacht. Wenn man die heimfährt oder wenn man die verstellt allgemein, muss man relativ lange warten, bis das funktioniert. Also mir hat mal einer gesagt, drei Tage mindestens, aber mindestens, also mindestens eine Woche, würde ich sagen, dass die Bienen einfach super gut neu eingeflogen sind auf dem bisherigen Standplatz. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Ich meine, es ist brutal zeitaufwendig. Zum einen mal das Teilen. Man braucht das Material an Beuten, an Mittelwänden, an ausgebauten Mittelwänden. Man muss auch füttern jetzt, wenn man mit der Tant arbeitet, im Wesentlichen oder eben Futterwaben haben. Und man sprüht die dann ein, um gegen diese Varroa-Mübel zu behandeln, im brutfreien Zustand jeweils. Und das ist natürlich auch ein Aufwand. Jede Wabe ziehen, jede Wabe einsprühen. Ich habe das dann im Prinzip mit so einer 5-Liter-Obsparspritze gemacht, weil das, wenn ich 40 Bienenvölker sprühen will, da habe ich die Teil, da sind das, da braucht man Weichen. Also es ist körperlich, wie gesagt, eine große Herausforderung. Ich habe es einfach deshalb gemacht, weil wir ein neues Betriebsgebäude haben. Ich habe jetzt die Kapazitäten, einfach mehr Völker zu halten. Und das habe ich da genutzt, praktisch als Völkervermehrung. Ich werde sicherlich Königin noch tauschen. Ich werde auch Völker wieder zusammenlegen. Aber das kann ich einfach aus dem Vollen dann schöpfen und wirklich auf Qualität gehen. Und natürlich auch die Menge und das Ganze natürlich auch ohne praktisch Verlust an Honig, weil es gab ja im Juli bei uns nichts mehr. Jetzt kommt da so ein kleiner Hund, der gehofft nicht vorbeigeht. Ja. Und ein Nebeneffekt ist vor allem noch, ich habe jetzt eigentlich im Betrieb junge Königin. Also ich habe auch den Juli noch genutzt oder das frühe Trachtende, um intensiv daran zu arbeiten, dass meine Königin top sind. Und ich habe dann wirklich diese Zeit, die ich mir gespart habe, jetzt geht die Tür vom Wind zu, in Qualität versucht zu investieren. Und habe jetzt im Betrieb eigentlich nur noch grüne, also diesjährige Königin oder maximal rote, aber das habe ich nicht mehr an viele. Beziehungsweise da werde ich noch einige austauschen. Also ich bin da top zuversichtlich, dass ich da mit richtig guten Bienenvölkern im Winter gehe und auch mit richtig guten Völkern in das nächste Jahr dann starte. Vom weiteren Vorgehen in diesem Jahr sieht es im Prinzip so aus, dass ich mir nochmal die Zeit nehme und die Völker durchschaue. Und nochmal gegebenenfalls ein paar Königinaustausch, da habe ich ja noch welche im Begannungskästchen. Dann natürlich Varroa-Behandlung nochmal. Also da werde ich viele, viele, viele Völker anschauen, den Befall ermitteln. Und dann gegebenenfalls nochmal mit der Ameisensäure behandeln, Ende September, Anfang Oktober. Ein bisschen auf das Wetter aufachten, dass man keine Bienenschäden bekommt. Und das wird jetzt noch anstehen. Und ja, das ist so ein bisschen, wie ich dieses Jahr die Völkern in den Winter bringe. Wie gesagt, das ist ein bisschen anders als das Standardkonzept. Ich habe Heil und Behandlung auch noch nie in dieser Bandbreite gemacht. Also klar, mal mit 20 Völkern, auch mal mit 30, aber jetzt noch nie in diesem Umfang. Und wir hoffen mal, dass es die Ausnahme bleibt. Dann will ich gerade noch die Gelegenheit nutzen, ein paar Fragen noch aufzugreifen, die auch noch unbeantwortet sind. Relativ häufig war der Umgang mit drohenden, brütigen Völkern. Wie ich die saniere. Also unterm Jahr, wenn ich sie da sanieren möchte und ich auflöse, dann nehme ich einfach eine Brutwaage von einem anderen Volk mit junger Brut. Ich tue den in den Kasten rein, stelle den Kasten im Prinzip an den alten Platz von dem Bienenvolk. Ich tue noch zwei, drei Waben, je nach Volkstärke dazu und entkehre ich das ganze Bienenvolk ein paar Meter weiter vorne ins Gras. Die Bienen fliegen alle auf, was nicht die Thronmütterchen sind, fliegen zurück, finden die Brutwaage, ziehen sich eine Königin nach. Das funktioniert relativ zuverlässig, klar Mai, Juni, Juli im Prinzip. Jetzt im August, wenn ich da noch etwas habe, was sich lohnt, dann nehme ich einfach einen kompletten Begattungskasten, stelle eine Leerzeige oben auf das Volk und stelle da den kompletten Begattungskasten einfach rein und mache den Deckel auf oder einen Spalt auf. Also drehe ich im Prinzip um, mache den Deckel einen Spalt auf, nicht ganz. Ob man es ganz aufmachen könnte, weiß ich gar nicht. Ich mache es halt einen Spalt auf und dann lasse ich den da. Nach zwei, drei, vier Wochen ist die Königin unten, hat den Brutnerstein gelegt, dann kann man den rausnehmen. So handhabe ich das und das funktioniert eigentlich bei mir im Betrieb ganz gut. Nur zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie wieder in die Kommentare. Und vielleicht, was mich vorher beim Thema auch noch interessiert hat, wie sieht denn das bei euch mit der Varroa-Befall dieses Jahr aus? Also ich habe jetzt mit verschiedenen schon telefoniert, die haben gesagt, relativ üppiger Varroa-Befall und halt auch wenig Honig. Also schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie das bei euch aussieht. Das würde mich echt interessieren, dass wir so ein bisschen mal deutschlandweit den Blick vielleicht bekommen. Genau, das war das mit dem Thron-Rudig. Dann war noch die Frage mit dem Alter der Königin. Also im Prinzip habe ich das ja schon beantwortet. Grüne und rote Königin sind bei mir noch im Betrieb, wobei die alle, allermeisten Grüne sind. Das sind auch alle von mir an diesem Jahr. Also selber, selber gezogen im Prinzip. Dann war noch die Frage zur Wandertechnik aus dem letzten Video. Kran oder Lader? Na klar, Kran ist schon schön, Lader auch schön. Beides hat seine Vorteile. Kran ist universeller, Honigernte und so. Lader ist mal nicht so Fahrweg gefunden. Beides zusammen wäre cool. Ich meine, ich werde mich für eins entscheiden und das ist wahrscheinlich ein Lader. Aber da habe ich jetzt wie gesagt auch mir die letzten Wochen keine Gedanken gemacht. Da bin ich wirklich nicht dazu gekommen. Weil ich parallel auch noch ein bisschen hier das Betriebsgebäude umbauen muss. Da haben wir noch ein paar Veranstaltungen, wo das endlich mal fertig sein muss. Die Bienenfütter, ich bin ja bio-zertifiziert, mache ich natürlich mit Zuckerwasser und Honig. Und da ist mir einfach in der Vergangenheit, oder was da wirklich Luxus ist, ich weiß nicht, ob das die konventionellen Imker so zu schätzen wissen. Futter-Sirup, da habe ich mein IBC da stehen und wenn ich mal 10 Kilo brauche für ein Bienenvolk, weil das oder 20 oder 15 mal in den Haaren aus, lasse das raus und fütter das Bienenvolk. Bei mir, das ist beim Zuckerwasser schon das Problem, dass das halt verdirbt, wenn das lang steht und ich das eigentlich immer anmische und fütter, spätestens einmal am nächsten Tag. Und dann hat man halt diese, praktisch diese Tankstelle nicht. Ich habe jetzt hier hinten auch fünf Bienenvölker stehen, die brauchen eigentlich Futter, aber wegen diesen Futter, fünf Bienenvölker fange ich jetzt nicht an Zuckerwasser zu mischen. Da warte ich jetzt noch bis übermorgen, wenn ich sie so wieder bei allen die Runde fahre und nehme die da mit und so lange kriegen die halt irgendwelche Futterwaben oder Futterreste oder Futterteig, also irgendwas halt, was noch irgendwie übrig ist. Ist nicht das Optimum, aber da wäre halt so ein IBC aufmachen, was rauslassen, reinlernen, wäre da halt entspannter wie das Zuckerwasser. Aber ansonsten bin ich mit dem Zuckerwasser, mein, das Missen ist kein Problem und so, also das finde ich eigentlich so, das ist ganz cool. Das ist vielleicht der einzigste Nachteil, was auch so ein bisschen zu Frage noch kam. Wie ich fütte, habe ich ja ein Video mal gemacht, das verlinke ich da, da oben wahrscheinlich wieder. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und ja, das war eigentlich so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe für das Video. Also ich hoffe, dass, oder es wird jetzt wieder mehr Videos geben, auch das nächste Video dann wieder mit Bienen, dann schauen wir mal den Befallsgrad. Da habe ich zwar auch schon mal ein Video gemacht, aber wir schauen einfach mal, wie es dieses Jahr aussieht. Da hoffe ich mal, dass ich euch mitnehmen kann und dann fütte ich noch. Also im Prinzip fahre ich jetzt heute Abend nochmal eine Gruppe an einen ein bisschen wärmeren Überwinterungsplatz und dann fütte ich sie nochmal alle Quierbeet. Dann will ich meine Varroa-Kontrolle machen, dann noch eventuell eine Varroa-Behandlung und dann fütte ich sie halt in den Oktober rein, voll und fertig auf. Gebe noch ein paar Waben, ein paar Mittelwände. Ja, für mich ist das jetzt alles auch mit diesem Betriebsgebäude. Das ist für mich eigentlich jetzt gerade ein Honigschlecken so ein bisschen, eine Palette auf einen Hänger, eine Palette in den Bus rein. Früher habe ich jede Zahl hier einzeln getragen, hier einzeln eingeladen. Also das ist für mich wirklich super entspannt, obwohl es klein ist. Also das muss man schon sagen, es sind ja knapp um die 250, 270 Quadratmeter. Und ich habe noch nicht alles da und es wird schon eng. Also gerade jetzt, wenn der Winter über die Honigräume da sind. Ja, aber wir wollen nicht klagen, wir machen das Beste draus. Wir haben jetzt ja auch ein paar Veranstaltungen, da muss man es noch ein bisschen komprimieren. Hoffen wir, dass es gut wird, dass wir es draus nutzen können. Hier der Vorplatz wird ja noch schick gemacht. Und dann wird es schon, ne? Gut, jetzt habe ich aber wirklich viel geschwätzt. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht habt. Gebt einen Daumen nach oben. Das freut mich eigentlich immer. Wenn man bekommt ja bei YouTube immer so die Anzeige im Vergleich mit den anderen Videos. Und klar, ich meine, es braucht Zeit, es kostet auch Geld, diese Videos zu machen. Ich meine, mittlerweile mache ich das relativ gerne. Das war ja erst mal nur ein Versuch. Aber es freut einen doch dann schon, wenn die einfach gut ankommen und der Kanal wächst. Das ist einfach so ein bisschen eine Motivation. Weil im Prinzip muss man ja auch sagen, pro Video, ich meine, so ein Video wie jetzt, da rede ich jetzt irgendwo zwischen 10 und 15 Minuten. Und das kann ich praktisch, oder das nehme ich praktisch ungeschnitten. Man macht da die Tonspur vom Mikro noch rein. Dann ist das relativ, wenn wir sagen, mal ein Aufwand, eine Dreiviertelstunde. Aber Videos mit Bienen, wo man vielleicht auch mal was schneiden muss, da braucht man natürlich dann schon länger. Also insofern ist es für mich einfach eine schöne Motivation, wenn die Videos gut ankommen, gut bewertet werden und der Kanal weiter wächst und wir uns über diesen Kanal wirklich schön austauschen können. Ich lerne was von euch, ihr lernt was von mir. Oder auch Sachen, wo ihr auch bei mir seht, wo ihr sagt, hey, auf keinen Fall so. Das ist ja ein Ergebnis, also ein Recht gibt ja tausend Wege. Ja, aber so ist das. Das ist vielleicht in eigener Sache. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.